Moin Leute! Drei Zwei Eins! Aha, aha! Willkommen bei Drei Zwei Eins! Ich bin der Zähler und ihr seid alle scheiße. Lass ein Like da bis zum nächsten Mal. Genau. Schreibt Kommentare in die Kommentare. Und da hat sich das. Ah, guck mal wie schlecht der ist! What the fuck? Na gut, ihr hört ja schon, denn Heels und Rabene sind mit am Start, die vollkommen am abdrehen sind. Stimmt, du wachst. Bei mir ist der Sau. Tschüss. Hab dich gerecht, glaube ich zumindest. Okay. Ich hab irgendwie in die Luft gejagt. Oh mein Gott, was ein cooler Ball! Bene fliegt dann vorbei, also Bene heute ist echt nicht dein Tag, kann das sein? Was soll ich machen, wenn ich versuche zum Ball zu fliegen? Auf einmal der Ball beschleunigt und ich ihn nicht mehr kriegen werde. Der Ball beschleunigt auch voll. Oh mein Gott, wie knapp der war! Richtig geil! Wer ist der komische SUV da? Ah Bene. Ich hätte den fast noch in dich reingespielt. Er hätte früher springen müssen. Ach so, das geht doch nicht. Ist aus meinem Weg mit zu aus. Ist aus meinem Weg mit zu aus. Ist aus meinem Weg mit zu aus. Kauf dir Augen! Wir haben alle 238er Ping. Buff! Wer geht nach oben? Nils. Nein! Was war das denn? Also Johnny, heute ist irgendwie nicht dein Tag. Ja guck dir das mal an! Was war das denn für'n Scheiß? Ja, was soll denn da um Explorierfahrt oder was? Ich hab mir Boost! Ich hab mir Boost-Told! Ich hab mir Boost-Told! Also das Wort gibt's! Das Wort gibt's! Und deswegen gibt's das Wort. Er hat's extra nachgeschaut, damit er nicht der Dumme ist in der Familie. Wuhuu! Na gut, herzlichen Glückwunsch! Du bleibst der Dumme! Ich weiß nicht wann du's checkst, aber ich bin kein Spiegel. Oh man, jetzt geht das Disney los! Ja! Ja! Läuft bei euch! Nein! Oh, schon wieder mein Boost! Oh man, oh! Ich bin wenigstens bereit für den Angriff, ja? Und fahren hier mit dem Tor rum. Weg da! Oh, was? Du gerade schreist es in den Wolf. Oh no! Gott nein! Und er klaut mir das... Ich wusste, ne? Weil ich dir deinen Boost geklaut hab, sorry bleiben. Ich hasse euch beide. Okay. Dann schieß ich ab jetzt keine Tore mehr. Echt? Was? Was? Ich bin kein bisschen alt. Ohja! 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 Ohhhh! Oh, Bene komm! Stark! Oh, echt stark! Es ist so voll ironisch, so stark und auf einmal landet der Ball so direkt vom Tor. Oh! Echt stark! Jetzt komm! Sehr gut! Heute ist echt nicht euer Tag, oder? Nee. Ich bin gerade irgendwie vollgeknickt. Warum? Darum. Oh shit, Jonny! Danke, Jonny. Warum? Oh meine Fresse! Warum? Warum? Ich glaube, mein Name habe ich doch ganz gut ausgesucht. Du sagst schon, komm schon, Jonny, dann halt dich das Ding wieder schön weg. Sprechen, hoff ein Tor. Oh, and it's gone. Ja, war ein bisschen unglücklich. Ein bisschen unglücklich! Wer sagt, das war ein bisschen unglücklich? Vater, ne, ne. Gerade hab ich einen Spaß. Okay. 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 Oh, mann. Ja, ja. Was kommt jetzt noch? Bullshit. Wie immer. Das ist ja schon lammig. Das ist ja Standard. Ohhhh. Ah, okay. Aber wie ich heute echt mit den langen Ecken habe. Ja, wie ich heute echt mit dem langen Ecken hab. Wie ich heute eigentlich mit den langen Ecken habe. AHHHHH Ah fuck, verflippt Verwas? Verflippt Verflippt Okay Okay Das ist nicht dein Ernst Was denn? Catch Ball Der dritten Art Der dritten Art Was ist denn ein Quetschball der dritten Art? Keine Ahnung, weiß ich nicht Hätte ich gerade meinen Boost gehabt, hätte ich ein Tor gemacht Gibt es eine zweite Art, eine erste? Eine Frage Natürlich Und wieder Eigentor Erste Art ist One, zweite Art ist Mate, dritte Art ist Gegner, fertig Und vierte Art ist Boden und fünfte Art ist Decke Gewonnen Wuhuuu Erstes Game gewonnen, Alter wir haben eine Aufnahme vernünftig gewonnen Ich sag ja, es liegt am Auto Voll krass Wenn ich jetzt in Octane nehme, bin ich dann auch noch MVP Das will ich testen Und das lobby Glaubt ihr das noch? Ich hätte ich nie ganze glamorous vorbei Ich sehs schon kommen 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 Ich sehs schonomma Ich sehs schon kommen zum beginn werde ich schon mal in die luft stark von ihm aber nicht stark genug dann warum bist du nicht rangegangen weil ich hinten gewartet habe da der gegner schon früher dran war ich spiel jetzt richtig hat tryhard mäßig ne schön bin ich schon alles gut patrolle nein natürlich muss er den haben wer ist in der Mitte? keiner ja weil beide dran waren sonny? hm ah what the fuck krieg ich dich mene bist du im tor? ja warum? du hast dir jetzt nicht wirklich da hinten den boost erst geholt ne ich habe andere sachen gemacht ich habe keinen controller das ist scheiße du hast dir den boost geholt willst du einen controller haben johnny? nein ich hab einen ja warum benutzt du ihn denn nicht? weil ich hasse mit controller zu spielen warum sagst du denn ich habe keinen controller das ist scheiße äh weil es um die äh steuerung der sicht ging dann looool ach stimmt warte mal das kann ich ja auch mit tastatur machen wow so war das ne ne na das geht nicht mit tastatur doch das geht oh kannst du nach hinten schauen nein kann man nicht kann man wohl nein du musst schalten ein paar taten loo stark schalten ein paar taten dafür verlieren sowieso als ob wenn hils mitspielt packst du jetzt nicht mehr als oder? hater ja du hast 80 punkte ja guck mal wie schlecht du bist ja guck mal wie viel hast du ist aber auch unter mir ja wenn mein name wird ein s anfängt los nils los nils glaub auch ausreden hier nils lass ihn nicht unterkriegen wir packen das warte ich auch nicht sehr schön oh ich hab ihn geblockt sehr schön kommt schon holt euch den ball bringt ihn da vorne macht das wir kriegen das ein können wir erschaffen no ok schöner ball schöner ball schöner ball und der ist what the fuck nicht drin passt gut was ich hab ihn mal passt gut was ey ich springe und meine karre hüpft nicht ja ja denk ich mir denk ich mir schön 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 jawoll da leucht's wieder das kann ich angehen mit 20 punkten mein ernst ja johnny wolltest du mpp werden muss streng dich an ha 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 das sagt der richtige das hätte übrigens ein tor werden können ne ja ja ich hätte mir ist ja keiner hinterher gefahren attacke von oben oh kein problem ja 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 oh mein gott bene warte 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 komm schon nach vorne damit wir müssen gewinnen hier bitteschön zack weiter nein nein oh oh man oh 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 komm schon ja schön und jetzt fosso 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 fos Sein Ernst? Er blockt mich einfach mal bis zum Gegnerischen Tor. Banner. Sch-sch-sch-Gin slaa, hoch! Broja. Hohooch! Jaaaaaa! Babababababaa! Fuck! Und? Ich bin MVP. Ihr könnt nicht mal. Mein SchВотchen wollte dich nicht noch blocken. Bloooll! Sehr schön! Ich sage es. Liegt da in der Karre. MVP, wie vorausgesagt Sehr schön, sehr schön, sehr schön Warte, haben wir jetzt beide gewonnen? Ja, ne? Ja Wenn es euch gefallen hat, Leute Eine doppel Gewonnenrunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Wenn es euch gefallen hat, drückt zweimal auf den Like-Button Nein Doch Gerne dreimal Nein, viermal Nein Ungerade Zahlen stehen im Moment Einmal verloren, einmal gewonnen, so wie das letzte Aufnahmending Echt? Ja Warte mal, wir haben doch gerade gewonnen Und da bin ich Zweiter geworden Nein, wir haben verloren Und du bist Zweiter geworden aus unserem Team Echt? Ja Egal, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen da Oder auch nicht und lasst einen Daumen da unten da Und haut mir ganz wichtig was in den Kommentaren Wenn ihr Handelsangebote habt oder wenn ihr, keine Ahnung Ähm Eine Meinung habt Mir sagen, was, ich bin scheiße oder weiß ich nicht was Oder ich bin gut Dann haut es in die Kommentare Ich seh's alle Ich bin gut Ja Nein, ich seh nicht Nach dem Motto, du bist nicht gut Aber einfach, weißt du, nach dem Motto Schreib mir einfach in die Kommentare Ich bin gut Bis zum nächsten Mal Hollereien Ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.